Willkommen bei sozialen und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Klassenspiele, Lückenfüller. Das Spiel nennt sich O-Ja. Ein ähnliches Spiel wie Was machst du? ist das quasi, die Schüler stellen sich hierbei wiederum in einen Kreis. Schüler A fragt seinen Nachbarn, was machen wir heute? Schüler B antwortet darauf mit einer Handlung, wie zum Beispiel in die Luft springen. Bei diesem Spiel müssen alle im Kreis in die Luft springen und dabei so laut wie möglich rufen O-Ja-Ja-Ja oder O-Ja-Oh-Ja, je nachdem, wie man es möchte. Nun fragt Schüler B seinen Nachbarn, was machst du oder was machen wir heute? Schüler C überlegt sich wiederum eine Handlung, diese für die Gruppe aus und ruft dabei wieder O-Ja-Oh-Ja. Hinweis, ein solches Spiel ist gut für das Stundenende quasi, wenn wir zum Beispiel noch fünf Minuten Luft sind. Der Lehrer kann das Geschehen so leiden, dass er kurz vor dem Gang an der Reihe ist. Der Lehrer hätte so die Möglichkeit auf die ihm gestellte Frage mit, wir gehen alle nach Hause oder wir haben jetzt eine Pause zu antworten. Das war es zum Thema, das Spiel O-Ja. Tschüss! Tschüss! b 呀